Einen schönen guten Morgen hier bei AgriGrafie Live. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einer Ausgabe, die ich bislang nie geplant hatte. Denn diese What's in my bag Folgen, die kennt man ja mittlerweile von so ziemlich jedem Fotografen. Aber ich stelle euch heute tatsächlich mal vor, was in meiner Fototasche bzw. auch in meinem Zubehör, in meiner Zubehörtasche, also man nennt das eigentlich eher ein Trolley als eine Tasche, drin ist, weil ich euch heute nicht einfach nur zeigen möchte, guck mal, mit dem fotografiere ich, sondern ich möchte euch heute zeigen, was brauche ich denn wirklich für ein Fotoshooting. Also noch vorausgeschickt, ich filme diese Geschichte jetzt aus der Hand mit meinem Handy, also entschuldigt bitte die schlechte Bild- und Tonqualität, es gibt jetzt einen richtigen Cut. Aber wir sprechen, während ich das mache, nochmal miteinander über das Thema Objektive. Aber fangen wir zuallererst einmal mit dem wichtigsten Utensil an. Also dann beginnen wir mit dem wichtigsten Utensil. Wo ist die Kamera drin? Natürlich in einem Fotorucksack. Ich empfehle grundsätzlich Fotorucksäcke anstatt Fotokoffer. Ist einfach wesentlich besser zu tragen. Ich denke, das erklärt sich von selbst. Das hier ist der Dayton MK2 Camback, heißt der. Ich verlinke euch den mal unten in der Videobeschreibung. Sehr praktisch und vor allem wetterfest und unglaublich robust. Also eine ganz klare Empfehlung von mir. Nutze ich sehr gerne für meine Fototouren. Und jetzt machen wir das mal auf. Ja, was haben wir drin? Also ihr seht, da hat gut was Platz. Also im Moment sind das drei Objektive, eine Kamera und einiges an Equipment, also an Accessoires. Und ja, ich stelle euch das jetzt mal nacheinander vor. Zuallererst einmal natürlich das Wichtigste, das ist jetzt hier meine Panasonic S5. Sie hat unten noch einen Batteriegriff dran. Ohne Batteriegriff kann ich fast nicht arbeiten, weil ich so häufig im Hochformat fotografiere und das ist ein Batteriegriff einfach Gold wert. Im Moment ist sie mit der Sigma 105mm 1.4 bestückt. Ist natürlich ein Mordsklopper. Aber wie ihr seht, das hat hier prima Platz und deswegen ist der Rucksack auch so praktisch. Was habe ich noch? Ich habe jetzt hier ein 24-70mm dabei und noch ein 50mm 1.4, beide von Sigma. Jetzt muss ich erstmal erklären, warum diese beiden Objektive. Es kommt natürlich immer gut was zusammen mit der Zeit. Wir Fotografen haben schon einige Objektive. Aber ich rate euch, weniger Objektive mitzunehmen bei einem Fotoshooting. Natürlich vor allem auch, weil man muss sie mitschleppen. Aber diese, ich sage mal, Objektivorgien, die man mal dabei hat, das wird am Set nur kompliziert. Also da hast du einen 35er und 40er von Sigma gibt es auch. Das muss ich unbedingt haben. Das haben wir jetzt auch mit. Dann habe ich einen 50er. Oh, das 70er muss ich auch noch dabei haben. Das 105er, das 135er. Das ist too much. Ich mache mittlerweile wirklich nur noch mit drei Objektiven meine Fotos. Bei manchen Fotoshootings tatsächlich auch nur noch mit zwei. Und die habe ich dann auch wirklich nur, nur diese beiden habe ich dabei. Und das eine ist das 105er. Das ist für mich eines der besten Portraitobjektive, die ich jemals auf meinen Kameras gehabt habe. Das ist eine ultimative Empfehlung. Dieses Objektiv macht einen ganz speziellen Bildlook, den ich wirklich nur charakteristisch sehen würde für dieses Glas. Es ist sehr groß, es ist sehr schwer. Ich habe mal eine eigene Folge darüber gemacht. Die verlinkst du euch in der Videobeschreibung. Es hat auch seine Nachteile, aber es ist ein fantastisches Portraitobjektiv, das ich nie, nie wieder missen möchte. Dann als kompletter Gegensatz habe ich das 50mm 1.4 Sigma dabei. Das ist jetzt qualitativ nicht auf dem Niveau vom 105er. Das war auch schwer zu vergleichen. Trotzdem kostet eine Stange Geld für ein 50mm Objektiv. Aber ich würde mal sagen, im Vergleich zu dem Panasonic, das ich vorhin hatte, das Panasonic 50mm 1.8, ist es schon wesentlich besser und erfüllt die Kriterien, die ich gerne hätte. Nämlich, ich fotografiere meine Porträts ganz gern auch mit vielem Hintergrund. Also ich mache nicht immer nur Close-Ups. Und es hat damit nichts zu tun, dass ich einen 50er brauche, um weiter weggehen zu können, sodass ich ganz Körper mache. Das nützt bei einem 50mm kaum irgendwas. Das kann mir im 105er auch, je nachdem, wie viel Platz ich im Hintergrund habe. Nur dieses Objektiv macht auch einen sehr plastischen Look, einen sehr individuellen Look. Also Sigma macht wirklich sehr spannende Sachen und deswegen ist das das Glas der Wahl, finde ich, als Ausgleich für das, was man sonst macht. Sonst, wenn ich jetzt nur ein Objektiv arbeite, das 105er, bin ich nur auf diesen einen Bildlook festgelegt. Dann das 24 bis 70. Das ist jetzt kein Immer-Drauf, wie vielleicht einige denken würden. Ich bin nicht so der Immer-Drauf-Fotograf, weil Immer-Drauf heißt dann für mich am Schluss immer immer das Gleiche. Dieses Objektiv ermöglicht mir auch mal steile Perspektiven zu machen. Mal sich vor das Modell zu legen und dann wirklich von unten nach oben zu fotografieren. Und das sieht sehr spannend aus und das mache ich auch immer sehr gerne. Das habe ich früher schon sehr gerne gemacht und diesen Bildlook möchte ich nicht missen. Für mich ist es aber wichtig, bevor ich solch ein Objektiv mitnehme, mir zu überlegen, was gibt es von Fotoshooting, also welche Art von Fotos sollen hier entstehen. Und wenn ich weiß, ich kann hier sehr flexibel arbeiten, die Location macht auch was her, dann nehme ich das Objektiv mit, ansonsten nicht. Was ich zum Beispiel nicht gerne mache, ist jetzt auf 70 mm hochfahren und bei Blende 2.8 meine Porträts zu machen. Dazu nutze ich gerne meinen 105er, weil der Bilddruck ist einfach viel, viel besser. Ja, man kann mit solch einem Objektiv natürlich auch tolle Porträts machen, wenn man in die Tele-Stellung geht und bei Offenblende fotografiert. Aber deswegen solch ein Objektiv kaufen, das ist jetzt nicht so meins. Eins der absolut schärfsten, um nicht zu sagen qualitativ hochwertigsten Objektive dieses 24-70. Ich habe darüber mal einen Blog-Eintrag gemacht, den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Es gibt wirklich aus meiner Sicht kein besseres Zoom-Objektiv auf dem Markt im Moment als das. Was natürlich immer mit muss, ist der Blitzauslöser von Godox, der S2T für Panasonic und Olympus. Und ganz wichtig, das empfehle ich euch People-Fotografen vor allem. Das hier sieht jetzt sehr chaotisch aus, aber das hier, das ist jetzt eine Tüte, die habe ich immer dabei, mit verschiedenen Utensilien für die Modelle. Vor allem kleine Klemmerchen, um entsprechend Klamotten hinzutackern oder in irgendeiner Form zu verbessern, damit die Klamotten besser sitzen. Ich habe auch Haargummis dabei, ich habe auch Sicherheitsnadeln dabei. Das sind unverzichtbare Utensilien, die auf jeden Fall zu solch einem Fotoshooting, also besser gesagt zu jedem Fotoshooting, dazugehören. Und dieses Utensil ist für mich, der nun mal mit Blitzen arbeitet, unverzichtbar. Das ist der Valimax, das Ding heißt Studiotasche L. Ich verlinke es euch auch unten. Für mich ist es eigentlich keine Studiotasche, weil mit dem bin ich sehr mobil. Was man wissen muss, also er sieht wirklich mittlerweile ziemlich übel verranzt aus. Ich habe diesen Koffer seit mindestens, ich würde mal kurz überlegen, ich glaube seit 2015. Und der hält immer noch und nichts ist mit Reißverschlussproblemen oder mit den Gurten oder mit den Reifen unten. Und ich war mit dem schon wirklich überall, über Stock und Stein habe ich den getragen, beziehungsweise hinter mir hergezogen und alles mögliche damit gemacht. Also dieses Ding würde ich als extrem robust bezeichnen. Und das ist auch eine ganz klare Empfehlung von mir, wer unterwegs ist und seine Blitze mitnehmen möchte oder einfach wesentlich mehr dabei hat, der braucht so eine Tasche. So, was haben wir jetzt hier drin? Ihr seht, da passt gut was rein. Das sind jetzt die wichtigsten Utensilien, die ich dabei habe bei meinen Fotoshootings. Also beginnen wir mal bei den Blitzen. Ich habe hier immer einen schon, sagen wir mal, schussbereiten Godox AD200 mit dem Standardreflektor. Und darunter ist noch die Wabe, sollte ich sie brauchen. Dann hier habe ich den Godox ADS60S. Das ist der für den Godox Mount gebauten, gebaute Softbox, die man auch wunderbar als Beauty-Tisch verwenden kann. Sehr praktisch. Denn hier drin ist mein Godox AD300 Pro und der passt mit diesem Mount hier perfekt zusammen und ist eine tolle Kombination. Das ist ein Blitz, den würde ich euch grundsätzlich empfehlen. Der ist allerdings etwas preisintensiver als der AD200, aber er ist halt auch wesentlich kompakter und er hat, finde ich, ein bisschen weniger Macken als der alte AD200. Hier sind Handwärmer, unverzichtbares Utensil, jetzt mittlerweile nicht mehr, weil das ganze Thema etwas wärmer geworden ist draußen. Aber das sind solche kleinen Pads und da habe ich übrigens auch noch einen Fußwärmer drin für die Modelle. Damit Sie Ihre Pfoten und Ihre Füße aufwärmen können, soll es mal kalt werden. Kleiner Tipp an der Stelle, sollte ein Modell kalte Füße bekommen, ist das Thema vorbei. Dann könnt ihr noch so viel Jacken und Mäntel anziehen, wenn das Modell an den Füßen friert, ist rum. Hier habe ich noch ein paar Folien drin, für ab und so, wenn ich den Blitz mal ein bisschen farbiger gestalten will und ein Handschuh, das spielt jetzt keine große Rolle. Jetzt die Blitzstative, das sind ganz normale Stative, auch ihr seht hier, die sehen unglaublich verschrubbelt aus. Das sind Valimax Stative, also die günstigen sozusagen. Ich weiß, es sieht alles ganz schrecklich aus und nicht mehr so neu, aber ich sage euch, das Zeug ist seit Jahren, ich würde mal sagen, die Stative habe ich bestimmt schon seit 2011 im Einsatz und die funktionieren nach wie vor. Die passen hier perfekt rein. Hier oben habe ich einen Reflektor, den nutze ich allerdings sehr selten, aber für den Fall der Fälle. Ab und zu kann man es auch mal zum Abschatten verwenden und die schwarzen, der schwarze Bereich von dem Reflektor nutzen. Deswegen ist er immer dabei. In diesem Abteil haben wir wieder unsere berühmten Klammerchen drin, die ich immer wieder brauche, um etwas am Blitz festzumachen. Oder eben auch dasselbe, was ich euch vorhin gezeigt habe für die Modelle, um die Klamotten festzumachen. Was auch ein wahnsinnig wichtiges Utensil ist, ist das hier. Das solltet ihr auf jeden Fall dabei haben. Gerade wenn man unterwegs ist, verletzt man mich mal recht schnell und da braucht ihr solche Sachen. Und das passt alles hier rein. Und übrigens, ihr könnt diesen Koffer natürlich auch ganz individuell bestücken. Kurzer Hinweis noch zu dem Trolley, was leider nicht reinpasst, ist das hier. Das ist ein Galgenstativ, das man immer wieder braucht in schwierigen Situationen, wenn das Licht ganz von oben kommen soll oder ihr einfach wesentlich mehr mit dem Licht hantieren müsst und nicht einfach nur einen Blitz direkt vor das Modell aufbaut, sondern hinter es es auf eine Stufe stellen müsst oder sowas. Dazu braucht man ein Galgenstativ und das ist jetzt zu lang. Also das würde jetzt in diesen Koffer leider nicht reinpassen. Aber auch dieses Galgenstativ empfehle ich euch und ich schreibe es euch auch unten in die Videobeschreibung. Das hat mir schon häufig mein Blitzleben gerettet. Ich werde immer mal nach diesen klassischen Dreibeinstativen gefragt. Welches Stativ nutzt du? Das ist jetzt bei mir dieser Kollege hier. Und den finde ich fast nirgends mehr. Schaut mal, ob ihr den unter dieser Artikelbezeichnung noch irgendwo findet. Weil auch dieses Stativ, das habe ich seit, Leute, es kann zehn Jahre sein. Es funktioniert immer noch perfekt. Und ich habe hier oben den Videokopf drauf, den ich euch in der letzten Folge über das Thema Video, also Videos für Fotografen, empfohlen habe. Und das ist im Moment mein Videostativ, das mich auch filmt während diesen Sequenzen. Also nicht das Stativ, sondern die Kamera, die drauf ist. Aber das ist ein hervorragendes Stativ von mein Foto. So Freunde, jetzt zum Abschluss vielleicht noch grundsätzliche Tipps. Wichtig ist, keep it simple. Also bleibt bitte bei eurer Ausrüstung und schleppt nicht alles mit unter dem Motto, Hauptsache ich habe es dabei. Die Erfahrung zeigt, dass ihr es in den meisten Fällen nicht braucht. Die Sachen schleppt es halt wirklich durch die Gegend. Und das ist echt ätzend. Nach einem langen Shooting-Tag wisst ihr, wie sich alte Männer fühlen. Und deswegen empfehle ich es euch nicht, alles mitzunehmen, nur damit man es dabei hat. Was ich mittlerweile auch nicht mehr mache, ist diese Do-it-yourself-Geschichten. Also, dass man zu Hause etwas zusammenbastelt und es dann mitnimmt als Ersatz für irgendeinen Ausrüstungsgegenstand. Mache ich deswegen nicht mehr, weil die meisten Dinge, die gehen kaputt oder sind nur für den Einmaligen gebraucht. Und ich würde mal sagen, mittlerweile gibt es für alle fotografischen Aufgaben oder Ideen irgendetwas zu kaufen, was auch sehr günstig ist. Also, sich da stundenlang hinzusetzen, irgendwas zu basteln, was dann nachher im Fotokoffer kaputt geht, weil man halt einfach auch mal irgendwo hinläuft und dann rutscht man ein bisschen aus oder der Fotokoffer kriegt einen Stoß im Auto oder irgendwas und das Zeug ist kaputt. Das habe ich mir sowas von abgewöhnt. Mir ist das auch mittlerweile wirklich zu mühsam. Da bin ich echt bequem geworden. Es ist euch bestimmt aufgefallen, dass ich in meinem Fototrolley außer dieser Softbox, die ich euch gezeigt habe von Godox, keine weitere drin habe. Und das ist genau das, was ich meine. Zuallererst einmal, ich möchte nicht eine 80er Softbox mitnehmen, eine 100er, eine 120er, eine rechteckige, eine runde. Das ist alles viel Zeug, das man mitschleppt, das aber im Grunde genommen dasselbe Licht wirft. Was ich euch empfehle, sind zwei Dinge, die ihr braucht. Zuallererst einmal, dieser kleine Kollege hier, der ist allerdings jetzt auch nur für den AD200 gedacht. Das ist ein Kopf, den macht ihr auf euren AD200 drauf und mit dem könnt ihr massiv Licht werfen. Und der ist nicht ganz so hart, weil der hat so eine Diffusofolie drin. Das macht das Licht jetzt natürlich nicht so weich wie jetzt von einer 120er Softbox und auch mit Innenbespannung. Aber dieses kleine Tool hat mir schon häufig das Leben in großen Anführungszeichen gerettet, weil ich nämlich damit einen Haufen Blitzenergie erzeugen kann. Vor allem, wenn es halt nicht mehr reicht und der AD200 an seine Grenzen kommt, dann nutze ich das, weil dann habe ich die meiste Lichtausbeute und gleichzeitig auch ein Mittelding zwischen hartem und weichem Licht. Sehr praktisch, wiegt nichts und kann man immer und überall mitnehmen. Und seitdem ich den hier habe, habe ich auch kein Beauty-Tisch mehr dabei und auch keine anderen Softboxen mehr. Mir ist es vor allem wichtig, dass diese Softboxen sich in Sekundenschnelle aufbauen lassen. Zack, schon erledigt. Hier übrigens genial, da kann man reingreifen und das von innen erledigen, was man machen möchte. Also zum Beispiel aufschrauben oder irgendeine Diffusofolie noch reinmachen. Die sind Sekundenschnelle auch auf den Blitz drauf gemacht. Also sowas will ich nicht mehr missen. Und vor allem, er hat dann eben vorne auch die Möglichkeit, ganz normal eine Diffusofolie drauf zu machen. Da ist auch eine Wabe dabei und das alles in diesem kompakten Design. Und in diese schmalen Trollys passen halt die Beauty-Dischs nicht so gut rein oder sie werden verbogen, wenn ich den Deckel zumache und den Koffer voll habe. Dann nutze ich den hier schlichtweg ohne Diffusofolie und habe einen Beauty-Disch. So Freunde, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Ratschläge geben können. All diese Dinge, die ich euch vorgestellt habe, heute werde ich morgen einsetzen bei einem Fotoshooting. Ich plane wieder ein moderiertes Fotoshooting. Aber das wird dieses Mal etwas spezieller, weil das Modell etwas spezieller ist. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Nächstes Mal oder übernächstes Mal. In diesem Sinne, gut Licht. Ciao, ciao. Euer Aki.